und zurück zu normalen geschäften so hallöchen da sind wir wieder ach du ja mensch ich gehe noch mal durch das ist drauf es geht ich brauche den kult heute nicht ja jetzt gehen wir schon aufs nächste spiel so this is where we part ways but for the sake of my freedom i have reason to believe that scp 079 is taking control of the facility's systems including the door system the best bet is to appeal to it somehow hopefully you can come to a compromise however it does not control the warheads but you should disable remotely in the event that something goes wrong thank you for the information and the doctor is here oh that's not the tutor ja ich habe noch zu schiefen dort die metal trimmungen die beteilplatte aufnehmen muss naja ist die kann erledigt doch von hier kam ich nicht ne 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 kam ich nicht okay Die Schmerzen sind fertig. ich wüsste nicht was fehlt ich will ich dann wahrscheinlich auch gleich in die Entrance Zone gehen wenn ich sie finde weil ich glaube wir haben alles ich wüsste echt nicht was fehlt gerade ah ja die war jetzt so koppelt das immer wieder wir kennen uns ja schon das ist etwas müde ich habe keinen Tag hinter mir gut mein Hals gibt doch langsam auf ach Gott ah ja so ein kristall kann man auch immer noch nehmen ja und hier liegt sich der hat manchmal eine Leiche und der hat den Schüssel in der Hand ich kann ich dir berühren und soll ich das auch nicht füllen auch mitmachen das ist natürlich nicht ich würde bloß eine rote Pille verschwinden so ein schön kristallisierten Screen bringt das uns auch nicht mehr es kann sogar sein dass ich dir mal berührt habe und das gezeigt habe in den ersten Video da gab es den nicht oder da gab es den nicht mittlerweile aber dem ist viele Sachen die es viele Sachen die es früher in der Ultimate Edition gab die wurden irgendwann ins Originalspiel reingefixt deswegen weiß ich mich aber gar nicht was Ultimate Edition hier ist und was das Originalspiel ist ich bin manchmal wirklich gar nicht sicher und ich bin manchmal nicht gleich woher das geht genau Perfekt! Das ist der komische Typ nur von der Glocke, oder? Ja. Oh, der ist auch so komisch, ich will immer nie berühren. Oh, der kommt so laut der klassischen Musik. Aua! Das ist einfach noch weh. Oh, die kommt da auch rein, oder? Aha! Dr. Gears, oh mein Gott, das sind diese coolen Doktoren, von denen wir gesprochen haben. Dr. Gears wurde immer von gesprochen. Oh, das ist Albert Einstein. Keine Dokumente, die wir auch mehr bekommen. Also mit dem Ding. Ah. Das heißt, wir waren hier noch nicht. Das ist ganz cool. Ah, ja. Der auch. Ach so, oh. Vor kurzem ein Teil der Fox, was ist der? Warte. So, 173 gammelt er ja gerne hier unten rum. Kann er überhaupt nicht tun. Ich hab Schleck, doch, doch. Wir müssen über den Wald gehen, oder? Nein! Das funktioniert nicht schon. Okay, ich hasse den Wald. Ich will so mega gruselig. Aber wir gehen mal durch den Wald mal wieder. Uah. Ich hasse diesen Wald. Es ist halt immer random, ob man hier stirbt noch nicht. Man muss den richtigen Weg finden, dann fang ich auch ganz schrecklich. Oh, das ist schon schlecht. Je mehr Sackgas im Empfehl, desto schlechter sind die Chancen, da rauszukommen. Ich muss schon mal eine. Das ist schon mal... Oh, das ist nicht so gut. Oh nein. Ich nehme sie. Das ist schon verobachtet. Das ist schon kacke. Das ist schon mal kacke. Ja, weil dunkel wird sie wieder tot. Das wird der richtige Weg abgeben. Ja. So, dass der Wald stuckel wird. Das ist gross. Die Dramatentend aus. Das ist gleich durch sein. Ja. Oh. Super. Ich hasse diesen Wald. Oh. Helligkeit. Oh. Oh. Oh five. Let's go. Nazarine? Nazaren? Wie spricht man aus? Wie soll ich ihn so erkennen? The other overseer. The archivist. Okay. Ja. ich habe mich hatte es ist glaube ich der mara von once das ist ja der o5 kann sich mit einer controller over the foundation warum nicht ich kann es sowieso nicht mitnehmen war der raum sieht echt cool aus riesen unter tisch ist man so eine karte der welt hat das ist so professionell außen so böse okay ich war bis kaputt was stil und heimlich auch durchlesen so batterie optimal das ist eine grüne pflanze ganz wichtig das geht nicht hoch nein 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 ich hasse diesen fall das müsste wieder richtig sein dann ich glaube links muss ich gleich langsam doch ich glaube links das ist glaube ich auch in dem fall dass wenn man nur läuft statt renten eine geringere chance ist dass der kollege auftaucht und dabei dunkel wird aber das ist mir so egal ich habe das gefühl wenn die ganze notizen liest da kommt das ding das treffen tötet ich glaube ich sehe da war du gelbte aber so lange möchte ich es geht halt nicht auf jeden fall ich muss da ist es ist es einfach ich bin ich bin scp-001 finden der erste scp ja das geht hier war diese bürger bestimmt ja da liegt sie glaube ich sogar da liegt sie oh ja nice da gucke ich euch Der Containment Breach. Ja, dann war's doch schon mit der Batterie. You made it so easy. Nice work, Foundation. Oh, okay. It's too easy. Bullet West. Das war's. Last hope. Ah, so you made it so early in the castle, right? Yeah, Alif is so good, right? And World Ending Scenario. Na, wir möchten das jetzt hier durchlesen. Noch ein Dokument. Viel Spaß. Oh, das ist eine Notiz. Ist ja fabulös. Aber wir brauchen gleich noch einen Konferenzraum. Wer lesen möchte, sehr viel zu lesen, aber in der Folge sehr, sehr viel. Auch wieder. Vielen Dank. Vielen Dank.